Überall, was Strom ist, ist ein elektromagnetisches Feld. Als ihr davor gefühlt habt, kann das ihr Schlaf negativ beinflusen. Ich werde euch erzählen, wie ihr das möglicherweise machen könnt. Unsere Verwärmungselemente sind sowieso sehr strahlingsarm. Sehr wenig magnetische Felder bauen sich dabei ab. Die sind da extra vorentwickelt. Aber selbst das stört ihr noch, kann ihr Ihr Verwärmungselement nachts auszetten. Und da haben wir speziell ein digitales Verwärmungselement vor, das ihr kann programmieren. Sodanig, dass ihr sagt, ich gehe um 10 Uhr in mein Bett, dann geht die automatisch aus. Und ich stehe meistens um 8 Uhr auf, dann geht die automatisch wieder an. Und dann ist echt alle Strom, die Fluid volledig unterbrochen, vanaf der Stopkontakt. Dus ihr müsst absolut keine magnetische Felder mehr auszetten. Will ihr noch ein keer alle Vorteile von dem Wasserbett rüstig nalezen? Klik dann eben auf die Link unter dieser Video für unser E-Book über Wasserbett. Klik dann eben auf die Link. Klik dann eben auf die Rüstig nantes. Klik dann eben auf die Link unter der negro Klik dann eben auf die Link. Klik dann eben auf die Link. Klik dann eben auf die Link.